Hallo und schön, dass du hier mit dabei bist bei deinem Podcast Selbstbewusstsein, Sexappeal und Charisma to go. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass wir jetzt hier Zeit miteinander verbringen. Mein Name ist Nicole Davidow. Ich bin Live- und Beziehungscoach. Ich bin Expertin im Thema Manifestation. Und heute geht es um zehn Fragen, die dir helfen, herauszufinden, wer du bist und vor allen Dingen, warum du hier bist. Ja, die Qualität unseres Lebens steht in direkter Proportion zu der Qualität der Fragen, die wir uns stellen. Also es ist einfach eine Angewohnheit inzwischen von mir, dass ich mir gute Fragen stelle, die mich weiterbringen. Weil in dem Moment, wo wir uns gute Fragen stellen, in dem Moment ist so unser Unterbewusstsein aufgefordert, gute Antworten zu liefern. Und oftmals ist es auch wichtig, dich mit diesen Fragen ein bisschen zu sitzen. Weil ganz gerne sagt unser Quatschi, ich habe keine Antwort darauf. Und ich möchte dich dazu einladen, heute mit diesen Fragen ein bisschen zu sitzen. Also dir die natürlich aufzuschreiben. Das ist heute auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr interaktive Folge. Also wenn du jetzt gerade im Autofahren bist und so, dann höre dir gerne die Podcast-Episode einmal an. Aber schreib dir die Fragen dann, wenn du wieder eine stille Minute hast, schreib dir die Fragen gerne auf in deinem Journal, am besten mit deiner Hand und beantworte dir diese Fragen. Und sitz auch gerne mal ein bisschen mit den Fragen. Also lass die Frage wirklich mal auf dich wirken. Und wenn du nicht sofort eine Antwort darauf hast, dann ist das okay. Dann kommst du halt eine Stunde später nochmal auf die Frage zurück. Oder guckst, dass du dir am Wochenende mal wirklich Zeit einräumst. Weil oft, ja, wollen wir diese Sachen so ganz, ganz schnell machen, so wie wir unser ganzes Leben irgendwie machen, ganz, ganz schnell. Und das bringt es natürlich gar nicht. Und deswegen lade ich dich wirklich dazu ein, dir wirklich so slow und liebevoll und achtsam Zeit zu nehmen für diese Fragen. Und dann können die dir so krass weiterhelfen. Das sind Fragen, die ich mir in meinem Leben gestellt habe, die mich extremst weitergebracht haben. Ich werde auf die Fragen einzeln eingehen, wenn ich den Impuls habe. Ansonsten stehen aber die Fragen auch einfach nur für sich allein und sind auch einfach unglaublich kraftvoll. Also ich freue mich jetzt sie mit dir zu teilen. Bevor es gleich losgeht, ich freue mich riesig, das nochmal anzukündigen. Du kannst dich noch, ich glaube ein bisschen mehr als eine Woche, kannst du dich noch anmelden zu meinem gratis Workshop Manifest Like a High Value Woman. Da begleite ich dich fünf Tage lang als Coach an deiner Seite und wir erschaffen dir dein Traumleben. Und das sage ich nicht einfach so, sondern das meine ich ganz, ganz klar. Ich mache jetzt den Workshop schon das vierte Mal. Die letzten drei Male waren schon ein riesengroßer Erfolg. Das ist mein großes Geschenk an meine Community. Wirklich fünf Tage lang intensive Betreuung von mir. Wir werden gemeinsam schauen, okay, womit blockierst du dich gerade? Welche Glaubenssätze stehen dir gerade noch im Weg zwischen dir und deinem Traumleben und vor allen Dingen auch zwischen deinen Traumbeziehungen? Wir kümmern uns um deine High Value Vision. Also was möchtest du dir tatsächlich auch erschaffen? Wie kommst du da hin? Was sind so die Baby Steps, die du gehen darfst? Also es wird natürlich auch wieder sehr umsetzbar, leicht umsetzbar vor allen Dingen. Dann wird ein großer Teil des Workshops darin bestehen, dass du lernst, dich wieder mit deinem Körper zu verbinden. Vor allen Dingen auch dich mit deiner Intuition zu verbinden, mit deiner Weiblichkeit zu verbinden, dich wieder ins Vertrauen hinein zu verankern, diesen Surrender-Modus für dich hinein zu begeben, raus aus dem Kopf zu kommen und rein in deinem Körper zu kommen. Also das ist natürlich ein großer Teil sowieso meiner Arbeit und da werde ich natürlich auch einen großen Fokus im Workshop drauflegen. Und ansonsten natürlich deine High Value Vision. Darauf freue ich mich auch schon so sehr auf diesen Workshop-Tag, wo es wirklich mal darum geht, was möchtest du dir erschaffen in den nächsten Jahren? Und da helfen tatsächlich auch schon diese Fragen zu. Also wenn es um das Thema bei dir so um wirklich Herzensbusiness geht oder halt auch einfach mal Berufung oder auch einfach im Privatleben, was du dir erschaffen willst. Also ob es jetzt irgendwie Beziehung oder Familie ist. Also da wirklich nochmal ganz, ganz konkret den Fokus drauflegen, weil was mir aufgefallen ist in den letzten Monaten oder in den letzten Tagen vor allen Dingen, als ich da extrem drüber nachgedacht habe, ist so diese Sache, Menschen, die eine wirklich starke Vision haben, das sind die Menschen, die meistens auch das erfüllteste Leben leben, weil sie haben irgendwie so eine ganz klare Absicht, sie haben so einen ganz klaren Weg, den sie lang gehen. Sie haben quasi in ihr GPS ihr Ziel hineingepackt und stehen nicht irgendwo auf der Landkarte und warten, bis das Ziel irgendwie auf sie zukommt. Und das machen wir auch im Workshop. Also es wird sich so unglaublich lohnt, sich anzumelden. Meldet dich an. Du findest alles in der Beschreibung. Also findest du die Links und so weiter, dass du dich anmelden kannst. Sonst einfach bei Nicole-David.com auf meiner Webseite ganz vorne findest du den Klick. Ich freue mich riesig auf dich. Es gibt wieder großartige Preise zu manifestieren, wie zum Beispiel zwei Plätze dieses Mal, zum Beispiel in meinem Manifest Like a High Valley Woman Gruppencoaching, weil natürlich findet wie immer dieser Workshop im Rahmen von einem Launch meines Gruppencoachings statt. Manifest Like a High Valley Woman. Wenn du den Podcast schon lange hörst, dann weißt du, von was ich spreche. Das ist so mein 16-wöchiges, intensivstes Programm, was wirklich schon wunder bewirkt hat auf allen Ebenen bei meinen Klientinnen. Und ja, von daher, es lohnt sich, sich anzumelden. So, jetzt möchte ich aber erstmal losstarten mit der heutigen Podcast-Episode. Zehn Fragen, die dir helfen, herauszufinden, wer du bist und warum du hier bist. Bis gleich. Suttelé, ich freue mich jetzt, zehn Fragen mit dir zu teilen, die dir helfen, herauszufinden, wer du bist und vor allen Dingen, warum du hier bist. Wir hatten eine interaktive Folge, wie ich eben schon gesagt habe. Hol dir gerne einen Stift raus, dein Journal raus. Wenn du keinen Journal hast, dann kannst du es auch in deine Notizen schreiben, digital in dein Handy. Aber ja, ich bin immer ein großer Fan davon, die Dinge wirklich mit der Hand aufzuschreiben. Wenn du gerade am Autofahren bist oder am Fahrradfahren bist, dann hör dir gerne die Podcast-Episode an. Aber komm zurück zu dieser Podcast-Episode, schreib dir die Fragen auf und setz dich hin mit diesen Fragen. Diese Fragen haben unglaublich viel in meinem Leben bewirkt. Sie haben unglaublich viel für mich angestupst. Sie haben mir unglaublich viel Bewusstsein geschenkt, Selbstbewusstsein geschenkt. Ich habe mich dadurch einfach so viel besser kennengelernt und das hat mir in jedem einzelnen Lebensbereich gedient. Das sind Fragen, die vielleicht für deinen Verstand immer mal wieder so ein bisschen so überfordert sein können. Ich möchte das nur von vornherein sagen, weil ganz gerne, was unser Verstand sagt, ist so habe ich keine Antwort drauf. Keine Ahnung. Und ich möchte einfach nur, dass du bewusst bist, weil das macht unser Verstand gerne, weil das vielleicht ein bisschen unbequem werden kann, weil wir da vielleicht eine Wahrheit, einen blinden Fleck einfach nicht erkennen wollen in dem Moment, weil wir Angst haben, was dann eventuell so der Auslöser davon sein wird, was die Konsequenz sein wird. Also sei einfach achtsam und erlaub dir jetzt in diese Folge mit einem offenen Herz, mit einem offenen Geist hineinzutauchen. Und sei einfach mal offen und vor allem stell dich auf den Standpunkt, dass gute Fragen ein schönes Leben ermöglichen. Und ich stelle dir jetzt zehn sehr gute Fragen. Und du willst dir ein schönes Leben, gehe ich von aus. Das ist ja das, wofür wir eigentlich hier sind, dass wir uns ein Leben erschaffen, was für uns außergewöhnlich ist und vor allem erfüllt ist und lebendig sich anfühlt, frei sich anfühlt und sicher sich anfühlt zur selben Zeit. Und da kann ich nur sagen, da helfen dir Fragen bei. Also let's go. Die erste Frage, die ich mit dir teile, lautet, wofür würdest du stehen, wenn du wüsstest, dass dich niemand verurteilen würde? Wofür würdest du stehen, wenn du wüsstest, dass dich niemand verurteilen würde? Huch, das war für mich eine sehr, sehr, sehr wichtige Frage im Rahmen meiner Berufung finden oder im Rahmen, ja, dass meine Berufung mich finden kann. Weil für mich war zum Beispiel das Thema persönliche und spirituelle Weiterentwicklung für Jahre und Jahre und Jahre ein Hobby und ein heimliches Hobby. Ja, also das war damals, ich meine, du musst dir vorstellen, ich habe das Ganze mit 13 angefangen. Da habe ich das erste Mal so einen Alpha Mind Kurs gemacht, weil ich Lernschwierigkeiten hatte. Also das war so weird damals. Ich meine, das ist, ich meine, du musst dir vorstellen, ich bin 36, also du kannst mal do the math. Ich, das war also wirklich über 20 Jahre her. Da fand, da war nicht mal The Secret draußen, ja. The Secret ist ja so dieses sehr bekannte Gesetz der Anziehung, Manifestationsbuch, was damals, ich glaube 2008, rausgekommen ist und das Ganze ein bisschen kommerzialisiert hat. Aber das war damals, war das Unterbewusstseinsarbeit und das Ganze, das war so strange. Und vor allem, ich war Teenager, okay. Das war so, oh mein Gott, ich darf niemandem erzählen, dass ich bei diesem Seminar war, aber war voll angefixt. Fand es voll toll. Habe schon Vision Boards kreiert. Habe dann immer meine Vision Boards versteckt. Ich habe meine Vision Boards für Jahre, bestimmt für so 15 Jahre. Ich glaube, in meinen 20ern habe ich meine Vision Boards auch noch versteckt. Wenn ich irgendwie ein Date, der nach Hause gekommen ist, also irgendjemand, der halt den ich gerade irgendwie toll vernötigt. Oder habe ich mein Vision Board versteckt? Wenn du jetzt nicht weißt, was ein Vision Board ist, nur kurz zu sagen, das ist wie so eine Fotokollage von Dingen, die man sich erschaffen möchte. Also vollgeklebt mit schönen Bildern, ob es irgendwie materialistische Dinge sind oder Gefühle oder, oder, oder. Also da waren dann Dinge draufgeklebt wie irgendwie viel Geld, weil ich mir finanzielle Freiheit gewünscht habe oder natürlich irgendwie so ein ganz glückliches Paar, weil ich meinen Traummann mir gewünscht habe. Ja, und dann habe ich das immer alles weggepackt, weil mir das so peinlich war. Und diese Frage hat mir unglaublich geholfen irgendwie, da mal so ehrlich mit mir selbst zu sein. Ja, wofür würdest du stehen, wenn du wüsstest, dass sich niemand verurteilen würde? Weil ich so krass, dann würde ich total dahinterstehen, dass ich voll, voll die Spiri Person bin und voll mit irgendwie meinen, meinen Ancestors Unterhaltungen führe. Und also alles das, was ich natürlich heute mache, wo ich ganz ehrlich darüber bin, über meine eigene spirituelle Journey und über meine eigenen Gedanken und dass ich mit meinem ungeborenen Kind kommuniziere und die ganzen Dinge, die, die ich halt einfach teile und weil es mir total egal ist, ob mich jetzt jemand verurteilt. Warum? Weil ich, und das ist auch wichtig für dich, für was auch immer du für diese Frage beantwortest, weil ich auch festgestellt habe, also A, Menschen werden dich einfach immer verurteilen. Also Menschen, das geht gar nicht. Also du kannst wirklich dich einfach unter der Decke verkriechen und dann kannst du davon hoffen, dann kannst du hoffen, dass Leute dich nicht verurteilen. Aber ganz ehrlich, sogar dann werden dich Leute verurteilen, weil dann werden Leute dich dafür verurteilen, dass du unter der Decke gekrochen bist. Und das war einfach für mich so eine ganz, ganz, ganz wichtige Erkenntnis, einfach true to myself zu sein. Also wirklich Wahrheit, meine Wahrheit zu sprechen und meine Wahrheit zu leben und zu erkennen, dass Nicole, so du hast Angst vor der Ablehnung, weil du hast Angst, dass andere dich verurteilen, aber in diesem Moment verurteilst du dich die ganze Zeit. Also du lehnst dich selbst ab, indem du Angst hast vor der Ablehnung. Und das war wirklich, wirklich wichtig für mich zu erkennen und ja, auch wirklich anzufangen, ja, über die Dinge zu sprechen, die mir wirklich wichtig waren, ja, so wie zum Beispiel natürlich heutzutage die spirituelle und persönliche Weiterentwicklung. Aber es gibt noch andere Themen auch, für die ich losgehe, ja, Dinge wie Rassismus, Dinge wie Inequality, Gender Inequality, Dinge, die mir einfach wichtig sind, die ich für mich persönlich umsetze, ja, inzwischen, ja, Umweltschutz, ja, das sind einfach so Dinge. Früher habe ich nicht, ich habe nicht jemanden irgendwie dazu aufgefordert, seinen Müll mitzunehmen, weil ich mich nicht getraut habe. Heute, das mache ich, ja, wenn ich sehe, dass irgendjemand seinen Müll rausschmeißt und auf dem Strand liegen lässt, dann sage ich das der Person, ja. Ich meine, neulich, also was heißt neulich, das war jetzt auch schon wieder irgendwie mehr als ein Jahr her, waren wir am Strand und ich war mit meinem Vater am Strand und er hat eine Freundin getroffen, also zufällig, eine Frau, die er kannte, auch so sein Alter, die Zigaretten geraucht hat und halt einfach die Zigaretten in den Sandboden gepackt hat, also in den Sand. Und dann hat sie sich irgendwann verabschiedet und wollte gehen und ich so, Entschuldigung, kannst du bitte mal deine Zigaretten mitnehmen? Und weißt du, das war so ein kurzer Moment von Scham für so meinen Vater, für die Frau, aber ich war so, fuck yes, ich bin so, no way. Und das hatte ich mich früher nie getraut. Und das sind alles so Dinge, die dir dabei helfen, selbstbewusster zu werden, weil das ist so etwas so, ich weiß, für was ich stehe und ich werde das ansprechen. Und genauso wie, wenn Menschen rassistische Kommentare machen, wenn die Worte, also es gibt in Namibia zum Beispiel so ein ganz bestimmtes Wort, was du nutzt gegen Menschen, People of Color quasi, das ich jetzt auch gar nicht aussprechen werde, weil das einfach ein zu verletzendes Wort ist, was aber auch in der Apartheid viel genutzt worden ist. Wenn das Menschen sagen, da sage ich was, da werde ich nicht ruhig sein. Und früher war ich das. Früher habe ich einfach den Mund gehalten, weil ich einfach dachte, oh Gott, jetzt werde ich verurteilt. Ich habe an mich gedacht. Und ich glaube auch, das ist so Ego-Awareness, also so ein wirkliches Ego-Bewusstsein zu kreieren, ist, es geht nicht um mich. Es geht in dem Moment um die Umwelt. Oder es geht in dem Moment um eine Intelligenz rund um das Thema Rassismus. Oder es geht in dem Moment darum, dass ich natürlich meine Wahrheit lebe, aber nur, weil ich nur der Welt dienen kann, wenn ich meine Wahrheit lebe. Und deswegen sitze mit der Frage, wofür würdest du stehen, wenn du wüsstest, dass dich niemand beurteilen würde? Genau, dann die nächste Frage. Wenn du dir, das ist doch eine geile Frage auch, wenn du dir deine täglichen Routinen anschaust, wo bist du in 15 oder 20 Jahren? Wenn du dir deine täglichen Routinen anschaust, wo bist du in 15 oder 20 Jahren? Diese Frage hat auch mein Leben so umgekehrt und so durchgewirbelt. Im positiven Sinne. Erstmal im Schocksinne, weil ich war so shit. Also, weil es war einfach im Moment in meinem Leben, weil ich diese Frage mir gestellt habe, wo auf einmal mir bewusst wurde, Nicole, wenn du so weitermachst, wo bist du in 5 Jahren? Wo bist du in 10 Jahren? Wo bist du in 20 Jahren? Ganz sicher nicht da, wo dein Vision Board Bilder geklebt hat. Ganz sicher nicht in der glücklichen Beziehung. Ganz sicher nicht wohlfühlend in deinem Körper. Ganz sicher nicht finanziell frei. Ganz sicher nicht. Warum? Weil früher meine Routinen einfach genau so ausgesehen haben. Ich bin morgens wach geworden, habe erst mal am Handy gescrollt, habe mir dann irgendwie mein Schoko-Cappuccino gemacht. Also erst mal schön viel Zucker anstatt Wasser getrunken. Früher habe ich ja noch Kippen geraucht, habe ich jetzt morgens nicht unbedingt gemacht, aber habe ich ja natürlich irgendwann während des Tages war Teil meiner Routine irgendwie Zigaretten rauchen, mit irgendwelchen Leuten 100 Nachrichten schicken, irgendwelche Drama-Stories austeilen. Natürlich viel abends Alkohol trinken, am Wochenende immer feiern gehen, Gras rauchen. Also du kannst dir vorstellen, wenn ich das einfach weitergemacht hätte, dann würde ich jetzt ganz sicher nicht hier sitzen und mit dir diesen Podcast teilen. Und das war eine ganz, ganz, ganz wichtige Erkenntnis für mich zu sehen, Nicole, wenn du eine andere Realität leben willst, dann musst du andere Gewohnheiten integrieren, weil unsere Gewohnheiten formen unsere Realität. Unsere High-Value-Habits machen uns zu High-Value-Woman. Das ist ja so einer meiner Lieblingssprüche. Und das geht nicht darum, dass du jetzt von heute auf morgen alle deine Gewohnheiten kicken musst. Und mir kam das jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, so, ab heute ertrinke ich schon noch Green Juice und sag nur noch Affirmationen auf und journal drei Stunden am Tag und meditiere. Nein, das hat langsam angefangen mit Baby Steps. Ich bin ja der Meinung, dass auch diese Quantum-Sprünge, von denen wir gerne sprechen in unserer Szene, persönlichen Entwicklungs- und spirituellen Entwicklungsszene, das sind eigentlich ganz viele Baby Steps. Und es hat bei mir angefangen mit kleinen Dingen wie, okay, ich trinke morgens erstmal ein Glas Wasser, wenn ich wach werde und mein Handy ist nicht mehr bei mir im Zimmer. Also ich nutze mein Handy erst eine halbe Stunde oder so, nachdem ich wach geworden bin. Und so hat sich das natürlich integriert, dass ich heutzutage einfach von alleine morgens wach werde, eine Dankbarkeitspraxis habe, erstmal eine Runde meditiere, im Bett noch runtergehe, erstmal ganz viel Wasser trinke und erstmal so einen Slow Start habe, ja, journal und so weiter und so fort, rausgehe in die Natur, die frische Luft ein- und ausatme, mich grounde, ein paar somatische Übungen machen an manchen Tagen. Das sind natürlich Dinge, die dazu geführt haben, dass ich heute das Leben lebe, was ich lebe, mit einem sehr entspannten Most of the Time. Ich sag Most of the Time, ich bin natürlich nicht perfekt, weit davon, aber ein entspanntes Nervensystem und natürlich auch einfach mir die Dinge manifestiert habe, die Unabhängigkeit, die Traumbeziehung manifestiert habe, die ich mir halt einfach für viele, viele Jahre gewünscht habe. Deswegen stell dir diese Frage und sei das super, super ehrlich mit dir, ja, wenn du dir deine tägliche Routine anschaust, wo bist du in 15 oder 20 Jahren? So, als nächstes die dritte Frage, wem bewunderst du und warum? Oh, auch eine tolle Frage. Wem bewunderst du und warum? In meinem persönlichen Manifestationsprozess nenne ich Menschen, die ich bewundere, Expanders. Und das ist so mein Wort. Und das heißt basically expandieren, weil das expandiert mein Bewusstsein, das erweitert mein Bewusstsein. Das ist so, wenn Menschen mir etwas zeigen, was sie erschaffen haben, dann denke ich mir, geil, wenn du das kannst, warum soll ich das dann nicht auch können? Dann, das ist so, das zeigt meinem Unterbewusstsein so, hey, das ist möglich. Weil manchmal, wenn wir so total stuck in the rut sind, also so richtig am Boden sind, so wie ich es auch war, oftmals in meinem Leben, dann weiß man nicht mehr so, wie geht es eigentlich jemals wieder nach oben? Und wie komme ich da jemals raus? So, wie finde ich jemals so etwas, was ich mag beruflich zum Beispiel? Da war das bei mir oft so, oder? Das war doch jetzt way before ich natürlich, dass ich überhaupt wusste, dass es so etwas gibt wie Coaching. Und ich dachte so, okay, wie komme ich jemals aus so meiner finanziellen Abhängigkeit raus? Oder wie komme ich jemals aus diesen ganzen toxischen Beziehungsgedöns raus? Wie komme ich da jemals raus? Und das Ding ist einfach, dass ich dann mir Menschen angeschaut habe, die genau das und noch viel Krasseres erlebt haben und die aus viel krasseren Circumstances kommen und sie trotzdem rausgeschafft haben. Und bei mir war da tatsächlich ein großer Mensch, der mich da extremst influenced hat und die ich extremst bewundere. Das ist tatsächlich Oprah. Surprise, surprise. Aber Oprah ist einer meiner größten Role Models als auch Maya Angelou. Maya Angelou war vor allen Dingen die Mentorin von Oprah. Und das sind für mich People of Color, Women of Color, also schwarze Frauen, gegen die alles gewirkt hat. Also wirklich, die waren in einer Zeit auch, wo es nochmal krasser war als heute und die wirklich in starker Armut groß geworden sind, die wirklich mit Abuse, also mit Missbrauch groß geworden sind. Und wenn du dir deren Lebensgeschichten anguckst und vor allen Dingen jetzt, wenn ich jetzt nochmal auf Oprah zurückkomme, also das ist einfach so inspirierend, was diese Frau erlebt hat und was aus ihr geworden ist und wie sie trotzdem vergibt und wie sie trotzdem ihr Licht in die Welt strahlt und wie sie trotzdem, against all odds, Oprah geworden ist. Und vor allen Dingen hat mir Oprah gezeigt, weil das ist auch einfach, das wirst du sehen, wenn du dir diese Frage auch selbst beantwortest, so was zeigt dir dieser Mensch, irgendwas zeigt dir dieser Mensch. und Oprah hat mir persönlich wirklich gezeigt, was für ein krasses Privileg ich habe und hat mir auch gezeigt, was es bedeutet, mit so einem Privileg zu leben und mit was für einer Verantwortung so ein Privileg kommt. Talking white privilege, ja. Und nicht das Ganze mit Scham und Schuld und dem ganzen Gedöns zu behaften, weil das absolut deckelt und niemandem etwas bringt, sondern wirklich hat mir so gezeigt, Nicole, das hat einen Sinn, dass du hier bist, das hat einen Sinn, dass du genau diese Eltern hast, dass du genau in dieses sehr abundant Leben hineingeboren worden bist. Also ich sage immer, wirklich das Leben in der westlichen Welt ist einfach Fülle. Also obwohl ich in Namibia geboren und aufgewachsen bin, habe ich trotzdem, meine Großeltern von meiner Mamas Seite kamen ja aus Deutschland, also da ist sehr viel Privileg einfach in meiner Ahnendinie. Okay, ich würde sagen, dass wir alle in der westlichen Welt halt irgendwo dieses Privileg haben, wenn man das einfach vergleicht. Und das hat mir Oprah beigebracht. So das hat mir extrem viel Ansporn gegeben, wirklich was meaningful, also was Sinnvolles mit meinem Leben zu machen. Weil ich denke mir so, boah, wenn Oprah was Sinnvolles mit ihrem Leben gemacht hat, obwohl sie so viel Schmerz erlebt hat, dann kann ich das auch. Und dann will ich das auch. Und dann ist das fast wie so ein Muss geworden. Und das hat mir einfach super geholfen, wirklich mir auch die Frage zu stellen, so wie kann ich der Welt dienen? Ich habe dieses Privileg, also ich habe diesen Zugang zu diesem ganzen Wissen, zu einer sehr guten Bildung. Ich habe meine Grundbedürfnisse, wenn du dir maßlos Hierarchie der Bedürfnisse anguckst, meine Grundbedürfnisse, die sind ganz klar abgedeckt. Und deine auch übrigens. Ganz sicher, wenn du jetzt hier zuhörst. Also du hast ein Dach über dem Kopf, du hast Essen, das wird dir mitgegeben in deine Wiege. So wie kann ich jetzt der Welt dienen? Und das hat mir geholfen, diese Frage hat mir geholfen, da wirklich tiefer einzusteigen. Also wem bewunderst du und warum? Deswegen, bei mir war es Oprah, wer ist es bei dir? Und beantworte dir diese Frage und sitz mit dieser Frage. Die vierte Frage. Was sind ein paar Dinge, die du überwunden hast, obwohl du dachtest, dass du sie nie überwinden wirst? Und wie bist du da durchgekommen? Also was sind so Dinge, wo du, als du da drin stecktest, so wie zum Beispiel in meinem Fall, ich dachte so Herzschmerz, es kam mir sofort bei so etwas. Wenn du so richtig heartbroken bist und du dachtest so, shit, so komme ich hier jemals wieder raus, wo du abends im Bett liegst und dann, also ich erinnere, da habe ich so meine letzte Beziehung, die beendet ist, bevor ich Max kennengelernt habe. Das war so schmerzhaft. Ich lag einfach da im Bett. Ich habe einfach diese Seite von meinem Bett angeschaut, wo normalerweise mein Ex-Freund gelegen hat und habe diese Seite einfach so, habe meinen Arm so ausgestreckt und war einfach so, komm zurück, komm zurück und war so am Weinen und ich wusste einfach, es ist das Richtige, dass wir nicht mehr zusammen sind, weil das wäre einfach auf Dauer, war das nicht eine Beziehung, die mich aufgefüllt hat, aber das war so der größte Herzschmerz und ich dachte in dem Moment, ich komme dann nie wieder raus und, und, schadam, ich bin wieder rausgekommen und guck mal, die Frage, die ich ja dann dazu gestellt habe, war so, wie bin ich da rausgekommen und das war für mich so einer der größten Erkenntnisse über die Jahre war, dass ich diesen schmerzhaften Erfahrungen einen Sinn gegeben habe, also ich habe das quasi so, ich habe einfach gesagt, okay, was kann ich jetzt hier raus lernen, warum oder wozu erlebt das hier jetzt gerade meine Seele, weil ich weiß, ich bin hier, um zu entwickeln, mich zu entwickeln und zu lernen und wie kann ich jetzt dieser Erfahrung einen Sinn geben, weil wir suchen ja immer nach dem Sinn des Lebens, aber ganz ehrlich so, wir finden den nie, weil wir müssen dem Leben einen Sinn geben, das ist wie das funktioniert und ich denke, dass das etwas durch diese herausfordernden Momente wie Herzschmerz, habe ich diese Qualität mir angeeignet, wie komm, ich gebe diesen schmerzhaften Erfahrungen jetzt einen Sinn, weil sonst komme ich hier nicht raus und ja, vielleicht kannst du für dich auch mal dir diese Frage beantworten, also, was sind so Dinge, wo du dachtest, da komme ich nie durch, vielleicht ist es bei dir auch irgendwas beruflich gewesen oder finanziell gewesen, wo du irgendwie so richtig hier am Boden warst und dachtest so, shit, wie komme ich hier raus und dann bist du aber da rausgekommen und was hast du getan, weil hier lernst du auch so ein bisschen deine eigenen Erfolgsstrategien kennen und das ist super, super hilfreich für dein Leben, dein Bewusstsein für zu haben, ja, genau, die fünfte Frage, was waren bisher deine größten Erfolge, was waren bisher deine größten Erfolge, geile Frage auch, auch ein großer Bestandteil von Menschen, die wirklich selbstbewusst sind, Menschen, die selbstbewusst sind, die wissen, was sie gut können und vor allen Dingen, was sie in ihrem Leben schon erreicht haben, weil, das ist ja oft so eine Sache, wir können ganz schnell darüber sprechen, was wir in unserem Leben alles nicht erreicht haben, das ist halt wieder unser Quatschi, aber auch uns dazu zu trainieren, wirklich mal zu sagen, hey, ich weiß ganz genau, was ich erreicht habe, ob es jetzt irgendwie ein Abi-Abschluss ist oder ob es irgendwie eine ganz bestimmte Reise ist, die du unbedingt machen wolltest oder ob es ja einfach nur ein Auftritt war oder es können auch kleine Dinge, weißt du, manchmal denken wir auch so, okay, muss es jetzt so krasse Sachen sein, aber nein, weißt du, Dinge, die du erreicht hast, für mich war, als ich diesen Podcast gestartet habe, das war einer der, weißt du, ich habe so lange darüber geredet, habe so lange darüber nachgedacht und dann habe ich diesen Podcast endlich gestartet und das war für mich ein riesengroßer Erfolg und das würde ich heute auch als einen meiner großen Erfolge, ja, würde ich das tatsächlich aufschreiben, ja, also von daher, bitte sei da nicht zu hart mit dir, sondern denk wirklich mal darüber nach, so, was sind meine größten Erfolge und erlaube dir, dass du, dass das auch kleine Dinge sein dürfen, aber schreib das auch super, super, super gerne auf, das, ja, trägt auch wirklich zu einem starken Selbstbewusstsein bei. Genau, die sechste Frage, was wäre, einfach zu gut, um wahr zu sein, wenn dir jemand erzählen würde, dass das jetzt als nächstes Kapitel in deinem Leben ansteht, also, ne, du triffst irgendjemand für den Kaffee und sagst, hey, ich habe irgendwie mit dem Zukunftsgott gesprochen und der hat mir gesagt, dass genau diese Sache jetzt als nächstes Kapitel in deinem Leben ansteht, was wäre das? Also, vielleicht ist es die Traumbeziehung, vielleicht ist es die finanzielle Freiheit, vielleicht ist es dein Traumhaus, vielleicht ist es, in ein neues Land zu ziehen, vielleicht ist es ein neuer Job, vielleicht ist es deine Berufung, was genau ist das? Ich liebe auch diese Frage, das ist so eine kraftvolle Frage, weil du damit auch nochmal so, weißt du, dieses, es wäre auch viel zu schön, wahr zu sein, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ey, als nächstes Kapitel in deinem Leben bist du finanziell frei, reißt die Welt, kannst deinen Kindern irgendwie eine Privatschule ermöglichen, wenn das etwas ist, was du willst, kannst irgendwie, ja, deinen Eltern ein Haus kaufen, bist total in dir ruhend, leicht, fühlst dich sicher geborgen, hast vielleicht auch andere Beziehungen, die wirklich auf Augenhöhe sind, das wäre so schön, wahr zu sein. Und hier auch wieder, schreib das auf, weil da kannst du dir auch wieder bewusst werden, was du tatsächlich dir wünschst, was tatsächlich deine Ziele sind, was du tatsächlich willst, weil das erlauben wir uns ja ganz oft schon gar nicht mehr, ganz oft, das packen wir schon ja überall den Deckel drauf, weil wir so Angst haben, dass wir enttäuscht werden und dann glauben wir, dass wir uns vor der Enttäuschung schützen, indem wir gar nicht mehr groß träumen oder uns gar nicht mehr erlauben, irgendwie, ja, unser nächstes Kapitel zu schreiben, ja, deswegen, hier hast du jetzt die Möglichkeit, weil es ist wichtig, dass wir den Deckel runternehmen und uns erlauben, wieder groß zu träumen und, ja, wenn jetzt jemand kommt und mit dem Zukunftsgott geredet hat und dir das genau so sagt, was wäre das? Und da, da kannst du auch super gerne natürlich den Gratis-Workshop für nutzen, weil da werden wir auch viel über diese Ziele sprechen, über Dinge sprechen, die du dir erschaffen willst, die du für dich manifestieren willst, die du noch erleben willst in diesem Leben, die du erfahren willst, die du wirklich fühlen willst, die du mit deinen Sinnen wahrnehmen willst, quasi, und, ja, da kannst du jetzt schon mal aufschreiben, für was du auch den Workshop nutzt, weil wenn du dich angemeldet hast für den Workshop, dann wirst du auch sehen, dass ich da direkt schon eine Hausaufgabe reingepackt habe, wenn du die Bestätigungs-E-Mail bekommen hast und da geht es darum, wirklich dir eine ganz klare Absicht zu setzen, ja, eine ganz klare Intention zu setzen für den Workshop, weil Menschen, die eine klare Intention sich setzen, das sind Menschen, die auch gleichzeitig wirklich die Dinge erfahren, erreichen, manifestieren, die sie sich wünschen, das sehe ich immer wieder. Genau, und dann kommt halt auch die nächste Frage, wir sind jetzt bei Frage Nummer 7, und zwar, was wäre ein Baby-Step in die Richtung dieser neuen Realität? Also wenn du jetzt hier quasi Frage 6 anguckst, was wäre ein Baby-Step in Richtung dieser neuen Realität? Der erste kleine Schritt, den du gehen könntest, um dir genau das als nächstes Kapitel zu schreiben. Und da könnte der erste kleine Baby-Step sein, dass du dich für den Gratis-Workshop anmeldest, es könnte der erste kleine Baby-Step sein, dass du eine E-Mail versteckst, dass du irgendjemanden dir anschaust, der genau das schon macht, was du da dir quasi als nächstes Kapitel aufgeschrieben hast oder das schon lebt, und mal mit diesen Menschen dich unterhalten oder dich mit diesen Menschen beschäftigen, vielleicht dessen Biografien lesen oder einfach dir die Frage stellen, wie haben die das gemacht? Wie haben die das erreicht, erfahren? Und so kannst du dann Baby-Step at a time dich Richtung Ziel bewegen. Und das ist etwas, was natürlich es auch braucht, weil du weißt, the universe responds to action, aber es geht darum, kleine Baby-Steps zu gehen. Deswegen stell dir einfach mal die Frage, was wäre ein Baby-Step in die Richtung dieser neuen Realität? Dann die achte Frage, von wem wünschst du dir am meisten, dass du akzeptiert wirst? Uh, das war auch eine harte Frage für mich. Von wem wünschst du es dir am meisten? Und der kommt ganz oft, also mein Fall damals, das war auf jeden Fall familienbedingt, meine Schwester ganz klar, auch auf jeden Fall meine Mutter, mein Vater auch, aber meine Mutter in der Zeit, wo ich diese Frage beantwortet habe, auf jeden Fall mehr. Also das ist ganz, ganz oft so, dass wir uns diese Akzeptanz uns wünschen von unseren Eltern und dass wir dadurch uns aber auch irgendwie anpassen und dadurch versuchen wir uns auch irgendwie den Recht zu machen. Aber vielleicht sind es auch andere Menschen, vielleicht sind es auch wirklich noch, ich bin wirklich gespannt, was da bei dir hochkommt, weil ich habe schon viel erlebt, dass auch Sachen hochkommen, wie irgendwie jemand, mit dem man überhaupt gar keinen Kontakt mehr hat, der eigentlich überhaupt nicht mehr wichtig ist in seinem eigenen Leben, man aber trotzdem irgendwo noch die Akzeptanz von diesen Menschen will. Man trotzdem irgendwie will, dass dieser Mensch irgendwie die Insta-Story guckt oder den Insta-Post liked, dass da irgendwo so die Sache ist so, und dann denkt man so darüber nach, okay, was denkt jetzt diese Person über mich? Und dann gehen wir auch davon aus, dass wir das genau wissen, also unser Quatsch ist dann so, ich weiß genau, was diese Person jetzt über mich denkt. Und das ist einfach eine sehr wichtige Frage zu beantworten, weil du damit einfach so ein bisschen deine Beziehungen beleuchtest, die du zum Beispiel mit deinen Eltern hast, aber die du zum Beispiel auch hast mit irgendwelchen Menschen, die vielleicht nicht mehr in deinem Leben sind, also Ex-Beziehungen, auch vielleicht irgendwelche Freundschaften, die nicht mehr sind, hat mir extremst geholfen, da mal zu schauen, okay, wo darf ich eigentlich noch loslassen? Weil um Platz zu schaffen für Neues, dürfen wir ja tatsächlich loslassen. Und ich weiß noch, damals, es war für mich immer so der große Moment, wenn mein Ex-Freund in meine Insta-Story geschaut hat und irgendwann habe ich mir diese Frage mal wirklich angeschaut und war so, krass, Nicole, du willst immer noch von deinem Ex-Freund akzeptiert werden. Kein Wunder, lernst du keinen neuen Mann kennen. Oder, ja, das war bevor Max vor allen Dingen, weil im Endeffekt hat kein neuer Mann, okay, dein Traummann hat keinen Bock, den Keller mit deinem Ex zu teilen, ja, also ganz ehrlich und deswegen so da diese, immer wieder auch drauf zu achten und das heißt nicht, dass das von heute auf morgen weg ist. Das heißt nur, du hast ein Bewusstsein dafür und wenn du ein Bewusstsein dafür hast, dann ist schon mal 90 Prozent der Transformation gemacht, weil du dann wahrnehmen kannst. Das heißt, in den Momenten dann, wo ich dann gemerkt habe, okay, krass, ich reagiere gerade körperlich auch, also mein Herz fängt vielleicht an, schneller zu klopfen oder ich werde jetzt ein bisschen nervös oder ich denke gerade darüber nach, was die Person jetzt gerade über mich denkt. In dem Moment habe ich einfach so diese Beobachterrolle eingenommen, okay, und dadurch habe ich das halt immer mehr und mehr und mehr transformieren können. Das heißt nicht, das war sofort weg, aber und auch jetzt, heutzutage noch, ich kann dir ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt sehe, dass irgendein Ex oder sowas meine Insta-Story guckt zum Beispiel, dann macht das auch immer noch was mit mir. Ich bin ja auch ein Mensch, ja, aber inzwischen identifiziere ich mich nicht mehr mit irgendwas. Ich lasse die Gedanken dazu irgendwie schnell vorbeiziehen und packe dann nicht viel Fokus drauf und bin halt so, okay, whatever, ja, let it go. Also ich muss von niemandem akzeptiert werden, außer von mir selbst und da bin ich gut auf dem Weg. Das mache ich täglich, ja, genau. Dann, also das war die achte Frage, jetzt kommen wir zur neunten Frage. Wenn du nicht mehr arbeiten müsstest, das ist auch ein Big One, wenn du nicht mehr arbeiten müsstest, wie würde dein Tag aussehen? Wenn du nicht mehr arbeiten müsstest, wie würde dein Tag aussehen? Wenn du, da gibt es auch diese ganz bekannte Coaching-Frage und das ist dieses, wenn du jetzt auf einmal unendlich viel Geld hättest, so was würdest du tun? Wie würde dein Tag täglich aussehen? Hier einfach eine super schöne Reflexions-Poderage, nimm dir Zeit, diese Frage zu beantworten. Diese Frage ist kraftvoll, die gibt es in fast jedem Coaching-Kurs gefühlt, aber dafür gibt es einen Grund, dass es, weil die sehr kraftvoll ist, ja. Und dann die letzte Frage, das sind so ein paar Fragen in einer Frage quasi und zwar, was stört dich am meisten an anderen Menschen? Was liebst du am meisten an anderen Menschen? Also was stört dich am meisten an anderen Menschen? Was liebst du am meisten an anderen Menschen? Und dann, was stört dich am meisten an dir selbst? Und was liebst du am meisten an dir selbst? Hm, was stört dich am meisten an dir selbst? Und was liebst du am meisten an dir selbst? Und ich lade dich dazu ein, dir Zeit zu nehmen für diese Fragen, weil du wirst erkennen, dass es da Zusammenhänge gibt. Warum? Wegen dem Gesetz der Einheit, weil das, was du in mir siehst, das sehe ich in dir und umgekehrt, was in mir ist, ist in dir, wenn du in mir Schönheit siehst, dann kannst du die nur sehen, weil sie auch in dir ist. Wenn du in mir Erfolg siehst, dann ist es nur, weil das etwas ist, was in dir ist, sonst könntest du das nicht sehen. Das ist ja auch etwas, was ich immer gerne teile, wenn es zum Thema Eifersucht kommt, dass ich immer sage, hey, wenn du über jemand anders eifersüchtig bist, dann denke bewusst den Gedanken, hey, danke, dass du mir gerade meine eigene Schönheit zeigst, meine eigene Intelligenz zeigst, weil indem ich auf dich eifersüchtig bin, dass du das hast, erkenne ich in mir, dass ich das auch habe, also danke dafür. Wichtige Frage, weil da oft unser Ego mag diese Frage übrigens gar nicht, also unser Quatschi denkt sich, meine Güte, nein, ich mag das nicht, was mich an anderen Menschen stört, das mache ich nie. Und dann wirklich, wir haben da so krass viele blinde Flecken, also ich spreche da einfach natürlich, wie immer aus eigener Erfahrung und das ist so erleuchtend, sich damit mal zu beschäftigen, dass ich so krass, was ich an anderen lieb, das ist gar nicht so weit weg von Dingen, die ich auch an mir mag und was mich an anderen stört, das sind auch so Dinge, die ich ja selbst ganz gern mal mache. Ich finde das total blöd, zum Beispiel, wenn Leute gerne Grenzen setzen, ich so, Nicole, da kannst du mal gleich vor den Spiegel gehen und dir die Frage stellen, wie gut bist du denn im Grenzen setzen? Jeden Tag ein bisschen besser, sage ich dazu nur. Genau, also von daher, das waren deine zehn Fragen, die dich dabei unterstützen, dich besser kennenzulernen und vor allem auch, dich dabei unterstützen, herauszufinden, warum du hier bist. Ich bin natürlich sehr, 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 sehr interessiert, wie die Fragen für dich waren. Bitte teile mit mir auch deine Antworten, teile mit mir deine Gedanken hierzu. Ich liebe es, von dir zu lesen. Wenn du mir schreibst, entweder per E-Mail oder bei at Nicole David auf Instagram, teile super gerne die Folge auch in deiner Story, wenn du der Meinung bist, es würden deinen Freunden, deiner Community dienen. Das sind immer, ich denke, immer kraftvolle Fragen, die dienen uns allen. Deshalb, sharing is caring, go for it. Ich freue mich immer, von dir natürlich zu lesen. Wie gesagt, melde dich zum Gratis-Workshop an. Alles findest du in der Beschreibung, einen Link. Ich freue mich riesig auf dich, auch wenn du den Podcast abonnierst oder mir eine Rezension darlässt. Das ist für mich immer das Größte, natürlich auch zu lesen, dass der Podcast weiterhilft und natürlich bringt das auch den Podcast einfach weiter. Also das wird einfach den Podcast an mehr Menschen bringen, wenn du ihn abonnierst und vor allen Dingen teilst und mir eine Rezension darlässt. Also ich danke dir von Herzen, wenn du das tust. Genau, this was, glaube ich. Habe ich noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Ich schicke dir jetzt ganz viel Liebe in deinen Tag oder in deiner Nacht. Always remember, the best is yet to come. Deine Nicole.